Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Bitcoin-Update-Video. Ja, gestern voluminanter Tag. Wir hatten gestern einen Pump auf 30.100 US-Dollar, knapp 30.200 US-Dollar sogar. Es gab Fake-ETF-News. Hat sich dann innerhalb von ein paar Minuten geklärt, dass es anscheinend doch nicht wahr ist, dass ein ETF genehmigt wird. Wie gesagt, ich rechne sowieso erst im Januar damit. Trotzdem gestern ein bisschen Aufruhr gesorgt durch Cointelegraph. Hat sich wahrscheinlich irgendjemand einen Scherz erlaubt, wird aber anscheinend jetzt alles aufgearbeitet. Auf jeden Fall haben wir dadurch einen riesen Pump bekommen gestern. Das waren aber jetzt auch nur die Vorzeichen dafür, wenn es wirklich genehmigt wird. Und ja, wir hatten einen wichtigen Daily-Close. Also man muss dazu sagen, trotz dieser Fake-News haben wir endlich mal ein bisschen mehr Bewegung gesehen. Also ihr könnt euch diese ganze Seitwärtsphase, die wir jetzt hier seit August hatten, hat damit gestern wirklich mal ein Ende gefunden. Es kam deutlich mehr Volumen rein. Ist das jetzt wirklich die Bestätigung für einen nachhaltigen Pump? Das will wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Außerdem können wir uns möglicherweise trotzdem noch irgendwie positionieren. Mit irgendwelchen Trades. Auch das werden wir uns natürlich anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link hier unten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn ihr weiterhin einen Account bei eBingX machen wollt, diese Woche läuft noch ein kleines Gewinnspiel. Wenn ihr euch registriert, über den Link unten in der Videobeschreibung könnt ihr ein kleines Merch-Paket gewinnen. Und wenn ihr 100 USDT einzahlt, kriegt ihr sowieso eure 50 USDT an Free Trades. Also coole Aktion, macht da gerne mit. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin ist momentan wieder etwas tiefer bei 28.177 US-Dollar. Aber, ich habe es gestern schon in der Telegram-Gruppe dazu gesagt, trotz dieses immensen Pumps haben wir eine Bearish Divergence ausgelöst. Also kaum vorzustellen, dass wir trotz dieses extrem hohen Pumps, und da ging es ja glaube ich innerhalb von Minuten, und da können wir wirklich Minuten sprechen, wenn wir uns mal hier das Tief angucken, bis zum Top waren es knapp 9%. Die Bitcoin hier gestiegen ist innerhalb einer 1-Stunden-Candle. Der ganze Pump mittlerweile wieder abverkauft. Wie gesagt, Bearish Divergence ausgelöst. RSI korrigiert ein bisschen, Volumen geht auch wieder zurück. Interessanterweise, und das ist eigentlich so der Hauptpunkt, auf den es gerade ankommt, wenn wir uns mal den Daily Chart angucken. Es gibt zwei Punkte, ja, wo man ein bisschen drauf achten müsste, ist es jetzt Bullish oder ist es Bearish? Also, Punkt Nummer 1. Natürlich ist dieser Daily Wig absolut ugly. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Das sieht nicht schön aus, und solche werden früher oder später gefüllt. Das gilt bei negativen Wigs nach unten, siehe XRP, gilt aber auch bei positiven, siehe Bitcoin. Früher oder später wird dieses Ding gefüllt. So, wenn wir jetzt nach dem Schlusskurs gehen, und das ist eigentlich so dieser entscheidende Faktor, müssen wir sagen, wir hatten eigentlich einen relativ positiven Daily Schlusskurs. Wir hatten einen Close bei ungefähr 28.500 US-Dollar. Natürlich dieses Hoch hier bei 28.600 knapp, haben wir nicht geschafft. Aber wenn wir uns jetzt die ganze Seitwärtsbewegung angucken, die wir hier hatten, jetzt wie gesagt seit August, hatten wir seit langem mal wieder einen höheren Daily Close. Natürlich ist es nur die eine Sache, um extrem Bullish zu werden, hätten wir eigentlich einen Daily Close hier oben bei ungefähr 29.445 US-Dollar gebraucht. Aber man sollte das Ganze jetzt auch nicht zu negativ sagen. Natürlich, die ganzen News haben das getrieben, aber wir haben deutlich mehr Liquidität mit Daily Close reingekriegt. Sehr, sehr schöne Daily Candle. Vergleichen wir das nochmal ganz kurz mit dem Binance-Chart. Wenn ich jetzt gerade den Chart finde, muss ich mal ganz kurz gucken, wo haben wir den Binance-Chart? Hier, da sieht es wiederum nicht so geil aus. Also, aber wie gesagt, ich habe es letzte Woche mal im Video gesagt, wir sollten nicht mehr zu viel auf Binance gucken, aber hier war die Liquidität nicht so hoch. Wir nehmen aber den Binance-Chart zur Hand. Da sieht es deutlich größer aus, die Liquidität. Also, alles erstmal fein. Aber, wie gesagt, technisch gesehen, weiterhin Downtrend. In den kurzfristigen Phasen seit August haben wir endlich ein höheres Hoch generiert. Ist schon mal positiv, was auch dazu geführt hat, dass wir jetzt eine Bearish-Divergence auf dem Daily haben. Also, es gibt so zwei Seiten momentan. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Grundsätzlich ist aber die Liquidität zurückgekehrt. Das kann man dazu sagen. So, gehen wir in den 4-Stunden-Chart zurück. Hier hat sich, wie gesagt, trade-technisch extrem schwer jetzt. Ich habe gestern dazu gesagt, und für mich bleibt auch weiterhin, trotz dieses ganzen Pumpes, jetzt erst einmal das Ziellevel des Daily Open von vorgestern. Also, vom Wochenende hier unten, die 27.300 US-Dollar. Dort liegt auch einerseits weiterhin die Ineffizienz. Wir haben das 0,786er von dieser Gesamtbewegung des Golden Pockets hier derzeit. Also, es wäre nicht mal bearish, weil grundsätzlich wir Platz haben immer bis zum 0,786er, dass wir dorthin korrigieren und von hier aus dann im Endeffekt nochmal neuen Anlauf nach oben hin starten. Also, bleibt also im Endeffekt alles beim Alten, so wie wir es gestern gesagt haben. Long bei ungefähr 27.300, 27.150, Daily Open, was wir hier von gestern noch hatten. Und natürlich auch unsere Psy-Range. Auch die werde ich euch nochmal ganz kurz einblenden, wenn wir uns das mal angucken. Wir haben hier natürlich auch ordentlich was an Vector Candles hier auf dem 4-Stunden-Chart, was es zu füllen gibt. Und der Trend befindet sich auch hier unten. Also, dieser Wave-Trend befindet sich auch hier unten in diesem Bereich und ist Yesterday Low auch. Also, wir haben hier unten sehr, sehr viel Confluence in diesem Preisbereich. Und das würde ich auch weiterhin als weiteren Zielbereich erst einmal anerkennen, bevor wir über höhere Kurse von 30.000 US-Dollar reden. Ich glaube aber, dass dies möglicherweise wirklich die Möglichkeit ist, sollten keine negativen News kommen. Und das habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich erwarte jetzt täglich, dass irgendwelche fucking Shit-News kommen, die den Markt richtig nach unten drücken. Sollte alles nach unten normal laufen, wie gesagt, dann ist das Ziellevel erstmal hier unten. Davon gehe ich aus und nehmen wir jetzt einfach mal ganz kurz den Pump außer Acht, also wirklich nur den Pump außer Acht, und ziehen uns dann das FIP-Level bis zu den Closest. Dann passt das Golden Pocket perfekt mit unserer Zone hier unten überein. Also, ihr seht, trotz dieses Pumps bleibe ich dabei. Unten die 27.300 aufgrund Vector Candle, aufgrund Ineffizienz, aufgrund einerseits Golden Pocket, wenn wir es nur für den Closest nehmen. Ansonsten 0,786er, wenn wir es mit dem Wig nach oben hinnehmen. Das würde meiner Meinung nach sehr, sehr gut passen für eine potenzielle Long-Position, um die dann möglicherweise hier hoch bis ungefähr 30.000, 30.300 US-Dollar zu nehmen. Warum bis da hoch? Nochmal ganz kurzer Blick auf Daily Clos. Weil im Endeffekt hier die meiste Liquidität noch liegt. Also, es ist schon länger so, dass wir hier immer noch ein paar Wigs zu füllen haben. Es würde sehr, sehr gut passen, dass wir hier dann im Endeffekt ein schönes Doppeltop kriegen. Und es ist, wir haben es letzte Woche im Livestream mal angesprochen, die Möglichkeit, dass wir hier ein Head & Shoulders Chart-Pattern bilden. Dieses ist immer noch nicht invalide. Dieses würde meiner Meinung nach wirklich erst invalide werden, wenn wir ein Clos über 30.300 US-Dollar kriegen, auf Daily Sicht. Also, bleibt weiter entspannt. Long-Position weiterhin genau da, wo wir sie gestern geplant haben. Bullrun-Start wäre ich absolut vorsichtig, das schon zu sagen. Das könnte sich alles hier eine absolute Falle gewesen sein, nochmal Liquidität aufzutanken. Möglicherweise jetzt nochmal die Shorts zu liquidieren, dann hier oben. Und dann wirklich ein Turnaround nochmal in Richtung, ich sage jetzt einfach mal so, 20.000 US-Dollar hinzulegen. Alles noch längere Sicht. Bullrun vielleicht noch nicht, ist noch ein bisschen zu früh. Aber mögliche Chance für eine weitere Long-Position könnte kommen. Dann nochmal ganz kurz zu Ethereum, weil sich hier auch gestern ein bisschen was getan hat. Geben wir in den 4-Stunden-Time-Frame. Muss man auch dazu sagen, leider gestern unsere Position nicht abgeholt. Das war der Plan heute Morgen, äh, gestern Morgen bei 1.563. Im Endeffekt kam dieser Pump und dieses Dump-Geschehen nur auf 1.566. Daraufhin keine Long-Position, jetzt erstmal abgeholt. Und damit würde ich sagen, warten wir jetzt auch hier erstmal mit neuen Positionen. Deswegen kein richtiges Update heute hier bei Ethereum. Wir warten jetzt erstmal, was macht Bitcoin im Endeffekt auch hier. Interessanterweise, trotz dieses extremen Pumps, was wir gestern hatten, kein höheres hochgebildet. Wir haben die Liquidität rausgezogen und der Kurs ging nach unten. Natürlich, auch hier, gleiche Möglichkeit. Wir holen uns die Liquidität eben hier nochmal, schließen trotzdem drunter und setzen den Trend nach unten hin fort. Also Bullrun, vorsichtig sein. Es ist noch nicht so weit. Bitcoin ETF, Fake News, kommt wahrscheinlich dann alles erst, äh, ja, nächstes Jahr, Q1, wie gesagt. Und Long-Position ist auf jeden Fall in Planung. So, ansonsten wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag. Heute Abend kommt, äh, unser Podcast auf YouTube online. Also, äh, hört da auch gerne nochmal rein, wer es noch nicht auf Spotify oder Deezer gemacht hat. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, BingX-Event teilnehmen. Und dann war es das von mir. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.